Hallo meine liebe Zuschauer! Herzlich Willkommen zu dem nächsten Let's Play Together! Mit Call of Duty Black Ops 3! An meiner Seite ist natürlich der Cheecher-Naut! Moin! Ich bin der Irre! Der Verrückte! Der in die Klapsmühle gehört! Ich bin euer kranker Skylight! Euer kranker Scheiß-Verfieße-Kranker-Basta! Und jetzt gehen wir mit den Kapagnen hier los! Ein bisschen wiederholen! Lokal! Ich will starten! Will ich mal sagen! Da war los! Ich Ehre Cheecher-Naut! Ja! Baby! Baby! Wecker ist fertig! Und ihr, meine liebe Zuschauer, könnt euch schön empfehlen! Ich schalte! Soll ich so mit meinen Lieben? Soll ich so jetzt die ganze Zeit drehen? Wie ein verrückter? Oder soll ich ganz normal um Eure reden? Aber diese Folge rede ich gerade so! Hehehe! Jetzt sind wir mal gespannt, was da auf uns zukommt! Ob das überhaupt klappt! Und herzlich willkommen! Ich bringe zu unserem neuen! Let's play together! Unser neuer Play! Das scheint zu klappen! Wir sind beide drin! Nice! Hallo! 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 Da ist er! Was läuft? Also man kann auch nicht schließen? Schade! Ich glaube wir sind gerade hier in der Zentrale! Ich hab uns da überall geübt! Erstmal um jetzt! Cyberkärtenstationen! Seit der Gefangennahme von Minister Saif, einem bekannten und angesehenen Mitglied des WA-Zentralkommandos, wachsen die Befürchtungen, dass die Kampfhandlungen wieder eskalieren könnten! Weilenkämter! Waffenkammer! Ich glaube ich lass meine Standortausrüstung erstmal! Und dann geh ich jetzt einfach mal hier durch die Tür! Ach schade! Noch nix rüstlich frei! Ich freu mich wenn die Waffen frei gekommen sind! Sie sind schon weiter gegangen? Ira? Ja! Hey! Wo sind Sie? Ira? Retten Sie Minister Said! Ist die Mission zu erwartender Widerstand, Infanterie, Luftbedrohung und Verstärkung! Ja sie müssen da durch die Tür gehen da unten, da waren sie richtig! Äh... Was war das? Hey du! Da putzt einer! Hey! 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 Putzen Sie! Putzen Sie! Putzen Sie ja mal meine Schuhe! Arbeits... Das ist Arbeitsverbeicherung! Ich bin ja wieder hier! Ja! Mission neu starten! Origin! Ja! Schocken wir neu! Ich bleibe so! Sie haben zwar eins ausgesucht?! Ich kann nicht was so reden! Sorry! Das geht gerade ein bisschen auf die Schuhe! Scheiße! Warum geht es jetzt los? Die Bioaugmentierung ist in der entwickelten Welt mittlerweile gang und gäbe. Das schiere Ausmaß der Katastrophe hat die Behörden überfordert. Superstürme setzen der Region zu und erschweren die Hilfsbemühungen. Es sind unsichere Zeiten. Unsere Zukunft hängt von unseren Entscheidungen ab. Mit der stetig wachsenden Bevölkerung entstehen überall auf der Welt Megastädte. Überall Zerstörungen... ... führten zu einem Exodus vertriebener Einwohner. VR-Basen waren heute morgen alarmiert. Direkt-Energie-Antidronen-Systeme haben den Angriff sofort abgewendet. Protestierende und Einheimische gerieten aneinander und es gab erneut Blutvergießen. Lassen Sie sich nicht täuschen. Das ist ein neuer, kalter Krieg. Wir sehen unsere Feinde zwar nicht immer, aber sie sind da draußen. Mein Name ist Jacob Hendricks, der neue Anführer. Es ist der ägyptische Minister Said. Das NRC nahm ihn vor zwei Tagen gefangen. Nach den Aufständen in Kairo wollen sie ein Exempel an ihm statuieren. Wir werden ihn bestrafen. Aber das werden wir nicht zulassen. Damit das klar ist. Wenn was schief läuft, hat es euch nie gegeben. Ladebücher. So, wollen wir mal gucken. Das NRC ist bald hier. Etwa eine Minute. Wir brauchen die Mutter aller Ablenkungen. Flamm steht. Flamm erhebt sich. Ein LKW steht unter dem Feuer. Ja. Tower. Den ganzen Verkehr von Landebahn 19. Verstandbar. Leitet zu Landebahn 1-1 um. Trachter 4019. Wir haben einen Treibstoffbrand auf Landebahn 19. Kursänderung für Landung auf Landebahn 1-1. Bestätigen. Hey. Die Kronom ist los. Bestätigt. Anflug Landebahn 1-1. Okay, jetzt du. Okay. Hacker-Modul platziert. Das ist super. Manuelle Überbrückung. Bitte Ziel wählen. Eingabe bestätigt. Zielparameter akzeptieren. Jawohl. Wir werden anvisiert. Wir sind Verbündete des LRC. Hier sieht alles gut aus. Mögliche Zielfunktion bei euch? Jetzt schießen! Feuer! Feuer! Wecker, erst durch die Kamera. Wobei! Woher kommt man schon. Scheisse! Runter! Oh! Erleben wir das! Und los geht die Ballerei! Und... HAND OFF! Der ist frei am Treff oder nicht? Ich weiß nicht. Oh Scheiße! Geil, die sind so pech. Komm, 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 komm! Komm raus hier! Willmesser reinkreifen! Hopp, hopp, hopp! Ich kann nicht rennen. Hopp, hopp, hopp! Äh, wo die Stimme? Auf die Stimme? Oder die Stimme? Waren cool, bis wir ihn haben. Sie brennen! Ah, hier bist du da geholfen. Okay. Was geht denn hier ab? Ich frage, man kann auch nicht schießen. Hey, was haben sie getan? Wie geht's mal rein? Ja, kein Wunder, dass ich so lahm Arschlich laufe. Gerade in einem Licht. Hey, wo sind sie? Ich brauche, ich brauche. 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 Es ist total schwer. Wir müssen jetzt mal alles reinbekommen. Also wir müssen auf die Kommand... Bereisst du dich heute? Bereisst du dich verdammt mal? Die Kommandant? Bist du so bereit, dass man gar nicht mehr vorbeikommt? Bist du so bereit, dass man gar nicht mehr vorbeikommt? Ich hatte sie den Wunsch, dass man die Kommandant reinbekommt. Ich hatte sie den Wunsch, dass man die Kommandant reinbekommt. So, wie ist es aus? Alles erledigt. Deaktiviere die Alarmsysteme auf dieser Ebene. Finde den Minister. Okay, das müssen wir jetzt klonen. Ja, ich deaktiviere die Alarmsysteme. Sie haben mich gerade weggedrückt. Dreht. Taylor, scanne nach Paket. Warte auf die Gesichtserkennung. Weitere Geiseln. Ich dachte, es wäre nur der Minister. Ich auch. Arme Schweine. Das NRC ist für seine Brutalität bekannt. Okay. Taylor. Wusstest du von den anderen Gefangenen? Der Minister als oberste Priorität. Verstanden. Überprüf den Nächsten. Lassen wir sie zurück, damit sie gefoltert werden? Wir haben unsere Befehle. Ja, wüsst du dann? Scheiß um die Befehle. Kein Treffer. Ach, Grabe Bastard. Das ist er. Der Minister. Ständige Folterung und Qualen. Höllenquale. Der wird verlegt. Der wird verlegt. Wir müssen rauskriegen, wo sie ihn hinbringen. Wir sind rauskriegen. Wir sind rauskriegen. Bingo. Volltreffer. Sind unterwegs. Lauf nicht in mein Schutzfeld rein! Boah! Danke. Achtung! Boah! Nicht mehr der Regis. Äh... Ich muss dich wiederbeleben. Machst du verlassen gerade? Ich belebe dich wieder. Achtung! Wir kriegen Besuch! Granate! Ey, der ist... Okay. Ich habe unser eigener Mann. Angeschoss Deckung. Scheiße. Wir haben nicht irgendwie... Hendrix ist schon weiter vorne. Nix ist einer. Erreg' ich. Da vorne ist ja jemand. Mann am Boden! Ich drücke vor. Schütze! Schütze! Oben! Da oben ist jemand. Schütze! Ah, der hat sogar... Okay. Schütze! Ah, schütze! 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 Und jetzt! Ich weiß nicht! Er ist jetzt mit der Presse... Ehe. Und jetzt? Und jetzt? Wo geht's hier denn? Ich geh vor, du brichst da ein. Aha. Schön einbrechen. Erstmal was abgesägt. Ja, viel Spaß. Verhörer mit dem Rücken zur Tür. Zwei Wachen drin. Nicht aufmerksam. Du bist ein Cycle. Aufmerksamkeit. Drei, drei, zwei, los. Wir holen sich hier raus. Quatsch nicht so viel am Weg. Dann schaffen Sie es. Was ist mit Khalil und den anderen? Ey, der Schick ist schon blöd. Sie wissen, wie wertvoll er für ihre Propaganda ist. Sie wollen ein Exempel statuieren. Er schießt sie einfach. Wollte ich ja gerne. Das ist der. Öffne die Tür. Die Bedeckung. Eifisch. Ich öffne. Mach es. Alter, alles safe. Ich schneide den anderen Kerl ab. Eine Tür überreiche neue. Aber nicht rausrennen. Aber nicht rausrennen. Können Sie kämpfen, Khalil. Können Sie kämpfen, Khalil. Immer. Ich rasche die Tür. Sein Ding ist überblutig. Aber Alarm ist aktiviert. Los. 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 Taylor. Paket Plus Eins. Gesichert und unterwegs. Plus Eins. Dein Auftrag war, den Minister zu befreien. Sein Name ist Nutellen Khalil. Schon mal gehört? Los jetzt. Wir sehen uns oben. Das Depot da vorne ist schwer bewacht. Acht euch. Macht euch bereit. Deckung. Alter. Ja. Unser Commander ist wirklich ein Bandschwein. Und wer ist die denn? Mal los. Ja toll. Ernsthaft? Wollen sie mich verarschen? Oh je. Steh auf. Mein Kälte. Rücke vor. Boah. Ich hätte eine Granate. Ernsthaft? Ja. Hallo. Boah. Scheiße. Ist er wie im Ofer? Ja. Nein. Gleich mal gestorben. Äh. Ja. Einmal umdrehen. Äh. Cool. Wir gehen in die falsche Richtung. Oh Gott. Nein. Das gibt's doch auch nicht. Ich will ein Todeland. Ich will ein Todeland. Äh. Cool, automatisch sezieren, wie hier. Lieg mich! Da kann ich mich nur auf Feuerkraft konzentrieren. Dafür, ich muss nachladen. Alter, wir machen... Ich gehe. Tschüss! Das ist gefuckt gar nicht! Wir stecken zwecklos, wir haben noch eine Trophäe. Wir sind ja der gesetzt jeden Fall. Egal, da haben wir aber viele. Wir haben fast... Wir haben fast... Wir haben fast... Wir haben fast eine Trophäe. Irgendwann? Wir müssen doch mal mit der Astris. Ich schreibe jetzt. Ich rücke nach oben. Ja, geh! Ja, geh! Ich schreibe die Arme auf! Super weit! Geh! Geh! Äh, hallo.